Bei uns ist jetzt die Morlin Schmidt. Morlin Schmidt ist Mitglied im Lenkungskreis des VD YoungNet. Hallo Morlin. Hallo Heiko. Morlin, was ist denn deine Aufgabe im VD YoungNet? Ich bin Ressortleiterin vom Team Internationales in Kooperation. Und an welchen Aufgaben arbeitest du gerade konkret? Aktuell arbeite ich mit den anderen zwei Bundesteamleitern am Bundesteamtreffen, das südlich von Kassel im Januar stattfinden wird. Und da wollen wir gemeinsam die Probleme des YoungNets und neue Aufgabenstellungen angehen. Ja, das klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Ansonst so? Gleich erst mal Mittagessen. Nun sind wir ja gerade hier auf dem VDE Kongress zum Thema Internet der Dinge. Wie gefällst du dir denn auf dem Kongress? Bisher gefällt es mir sehr gut. Vor allem die Vorträge sind echt super. Und was nimmst du persönlich für dich mit? Also auf jeden Fall nehme ich mit, dass man sehr mutig in diese neue Veränderung reingehen sollte und auch keine Angst haben sollte, sich da dem Internet der Dinge zu verschließen. Ja, dann wünschen wir dir noch viel Spaß und viele interessante Vorträge hier auf dem VDE Kongress. Dankeschön. Also, ich bin noch. Vielen Dank.